Yo 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 yo! Ohohohoho! Ja, mach das einfach. Los, los, los! Wow! Was war da, was war da? Schall, schall. Ich glaub weiter, er ist tot. Okay, ja, ich spinne. Ich bin direkt. Ichocke halt. Oh, Timo, ey. Das mutig. Das stimmt, Timo traut sich. Geh weiter! Schieß, oder? Schieß! Ah, nein! Bist du dann zu Steinen oder wie? Da kommst du! Warte, warte, warte! Ja, werd ich! Fick dich, Skinner! Fick dich! Fick dich! Fick dich! Kämpfe bis zum letzten... Bis zur letzten Kugel! Das war ein... Ich glaubst du! Und er... Er sagt selbst, Alter, komm, geh rein! Ey, Mann! Kommst du nicht? Nein! Hab ich nicht gekriegt das Video, Junge! Ich hasse euch! Wir helfen dir! Reds hitt mich noch auf der Bahn und dann... Wow, komm hier näher! Tötest Skinner jetzt bitte! Tötet ihn! Schieß die nieder! Schieß die nieder! Schieß die nieder! Das letzte Mal war nicht ich! Sicher? Ja, das hast du! Stimmt, Timo! Ich glaub das ist Gengabel da und ne? Der war abgedruckt! Das ist der Dank für das ich... für dich zurückbleibe und dir hochhelfe, Junge? Ja, das war nicht absichtlich! Ich glaub das ist Gengabel da und ich hab abgedruckt! Ich hab abgedruckt bevor ich den Namen gelesen hab! Timo, 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 Timo! Ja? Du weißt, zu seiner Verteidigung, er kann nicht lesen! Korrekt! ARD Text im Auftrag von Funk Du hast ihm in Safe und gekillt, du Flixer, was soll der Scheiß? Nein, im Ernst? Oh, du Idiot, ey! Wo ist Minder? Alter, er muss exekutiert werden Okay, tschuldet mich, tschuldet mich, ich mach nichts auf dich, dass ich ihn nicht dasselbe, wenn wir sie reizigen, ww. what? oh? 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 oh?